Hallo liebe Zuschauer, heute ist der erste Jahrestag meiner Anführerschaft und da melde ich mich mal wieder zu Wort. Gestern vor einem Jahr hat Flecky mich als neue Anführerin erwählt nach seinem Rücktritt und da gibt es jetzt mal ein Video über die Anführer und Anführerinnen auf diesem Kanal. Als erstes kam Lisa. Lisa war von der Kanaleröffnung bis zu ihrem Tod 650 Tage im Amt. Danach kam ihre Tochter Resi. Resi starb leider schon nach elf Tagen. Der dritte Anführer war Paul und Paul starb nach 57 Tagen. Dann kam Flecky und Flecky war 340 Tage im Amt, aber hat dann den Rücken umgekehrt. Und ja, genau so. Und heute am 25. September, wo ist die Gurke? Heute am 25. September bin ich ein Jahr im Amt und ich habe verlernt still zu sitzen. Okay, das war es auch schon mit dem Video. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, es wird bestimmt bald wieder schöne Videos geben. Tschüss.